Versuche die mysteriöse Maschine. Aber lass mal erst einen Grill bauen. Einen Grill? Was brauchen wir denn dafür? Also ich habe einmal hier einen Spießgrill. Ja, Spießgrill, ne, habe ich. Dafür brauche ich drei Sprösslinge noch, wenn du hast. Den Rest habe ich. Warte, Inventar. Sprösslinge, wie sehen die denn aus? Pflanzenfaser. Warte mal, hier, ich habe es einfach gemacht. Du kannst eigentlich alles reinballern, was du hast. An, äh, hier genau vor dir. Fehlen nur noch drei Sprösslinge. Ja, oh, jetzt brauchen wir Feuer. Anzünden, eh. Ah. Ah, du machst gerade Fleisch drauf. Warte, ich mache auch ein bisschen Fleisch drauf. Ich habe auch eine Sache. Heißt ja geil. Und wann ist das fertig? Wenn sich irgendwie die Farbe verändert, wahrscheinlich. Ah, und wenn man es auch überhaupt nehmen kann. Ja. Ey, du! Ich will auch was essen. Ja, dann nimm. Okay. So, warte, jetzt esse ich was auf sieben. Oh ja, das hat komplett aufgefüllt. Oha. Sie frisst alles. Friss oder stirb. Die kleinen Dinger können wir ruhig tot machen. Die geben uns immer Fleisch. So, jetzt müssen wir zur Maschine. Ich gebe dir einen Tipp bei Optionen, bei Anzeige. Kannst du das Sichtfeld auf, das Blickfeld auf volle Pulle machen. Das ist, die Grafik ist dann viel besser, dann siehst du viel mehr. Option, Anzeige und was? Ähm, ja, überhaupt die Grafik, aber ganz unten. Also Blickfeld auf volle Pulle. Ja, und Bewegungsschärfe und chromische Aberrationen kannst du ausmachen. Also, und halt maximale Bildwiederholrate unbegrenzt, ne, damit am meisten FPS macht. Also Blickfeld auf volle Pulle ist wichtig. Ja, das habe ich auf 120. Und Bewegungsschärfe und chromatische Aberrationen aus. Bewegungsschärfe aus und? Das da unter. Chromatische Aberrationen. Und oben auf Max Bildwiederholrate auf unbegrenzt. Gut. Jetzt siehst du, glaube ich, ein bisschen mehr vom links und rechts, so vom Spiel. Ja. Sag mal, blinkt das bei dir links unten auch die ganze... Ach, ne, wenn ich mich hier nur bewege, ne? Ach so, ob man Sound macht oder was? Ach, auf C ist Bauen-Modus. Auf C. Ah. Da muss man nicht immer Tab drücken. Ah, guck mal, man kann hier einen Platten... Wow, man kann voll viel bauen, Alter. Ich habe hier sogar einen Milbenhut... Ah, dann haben wir mehr Rüstung. Ah, okay. Man kann sogar eine Leuchte machen. Ausgestopfte Laus. Was ist das denn? Haben wir kein einiges bauen. Es wird dunkel. Wollen wir mal gucken, ob man hier schlafen kann? Oder was passiert dann? Ja. Benutzen. Schlafenzeit für Teenager ist zwischen 20 und 6 Uhr. Ah, es geht noch nicht. Es ist 18.30 Uhr. Dann lass uns mal die mysteriöse Maschine und du durchsuchst... Also du, ich laufe die hinterher. Du bist die Anführer. Ansteingefunden. Ja, immer alles aufsammeln. Ich glaube, man hat kein Limit an das, was man tragen kann und das gefällt mir. Das ist schon mal gut. Ja, ich hasse sowas, wenn er so ein Limit gibt. Hast du auch schon einen Speer? Nein. Zum Kämpfen? Ja, ich habe mir einen Speer gemacht schon. Ah. Du hast entdeckt, mysteriöse Maschine. Ja, und du? Weiß ich nicht. Man kann hier drauf. Ach, das ist irgendwie... Ah, komm mal hier oben hin. Hä, ist das denn? Was ist das denn? Hier ist ein Knopf. Ich überlasse das dir, den zu drücken, oder nicht? Ah! Ich bin runtergefallen. Komm hoch, Kleine. Hast du gedrückt? Fältchenknopf, denn... Hier, der blinkt. Oh. Activated. Mache den Weg des Lasers frei. Ah, hier, der eine, der hier so... Nee, der eine ist ja frei. Hier, er hier. Nee, der ist auch frei. Ach, der eine ist nicht frei hier. Guck mal. Guck mal hier, der hier. Hier, du kleine Maus. Oh, dein Tag. Hier, guck mal, der wird geblockt von diesem Grashalm. Siehst du das? Hier, der Grashalm. Guck mal, da oben. Ah. Ich werde dich ein bisschen leiten. Oha, da ist eine Biene. Über uns schwirrt eine Biene. Siehst du die? Sehr süß. Finde heraus, was einen der Laser schwächt. Ja, der eine hier, der so am Blinken ist. Ja, dann lass uns mal da hinten hinrennen. Warte mal, wie spät ist es? Ah, jetzt ist es gleich 20 Uhr. Wir könnten jetzt gleich schlafen gehen. 19.45. Ich könnte aber auch eine Fackel herstellen. Na, lass uns eben hinten legen. Weil man sieht ja auch nichts mehr. Ist echt dunkel. Mit dir schlafen wollte ich schon immer. Ja, noch geht's nicht, ne? Fünf Minuten. 58. Das ist mein Ding. 59. 20. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, oh. Guck mal essen und trinken, wie das runtergegangen ist. Hast du noch was, um auf den Grill zu werfen? Weil ich hab grad nichts. Ah, da ist ein Vieh. Nein. Ich probiere mal, das Vieh zu töten. Okay, ich hab das Vieh getötet. Sehr gut. Ich hab was gefunden. Ich warte aber auf dich. Gefunden. Hier, guck mal. Hier. Ähm, warte. Siehst du das hier oben? Vom Tau das Wasser? Ja. Das kann man trinken. Aber warte, wie kommen wir da ran? Bringt das was, wenn wir das abholzen? Ah, das Wasser ist runtergefallen hinter dir. Jetzt kannst du das trinken, glaub ich. Ich glaub, das ist klares Wasser. Ja, perfekt. Ich muss jetzt nur noch was... Ja, genau. Was essen. Ich hol mir noch eben hier auch das Wasser. Ähm, welche Blume ist das? Was hast du denn gegessen? Rohe Fleisch? Sechs. Aber das ist nicht schlecht, ne? Gemacht so irgendwie. Nee, das ist echt cool. Mit dem Trinken, weil es ist, man da die Tropfen... Also ich bin voll Essen und Trinken. Na, ich brauch noch was zu essen. Na, ich hab leider nichts. Aber wir müssen echt mal ein bisschen auf... Ja... Ja gut, vielleicht finden wir was, wenn wir jetzt da hingehen. Irgendwie auf dem Weg. Na, dann komm. Oder ist das schon sehr wenig? Nee, Hälfte. Ja gut, das geht nicht. Hier zum Beispiel. Geht ihr den? Dann grillt ihr das schnell. Ah, bau eine Werkbank. Na gut, machen wir gleich. Mann hat ja Zeit. Ah, hier, Werkbank. Was brauchen wir denn? Hier, Sprösslinge und ein Saft. Okay. 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 Sag, wenn du gegessen hast. Ja, es ist gerade auf dem Kreis. Alles gut. Boah, ich glaube, in diesem Game kann man auch Stunden versinken. Ja, das glaube ich auch. So, warte mal. Hier ist eine Arme. Die greifen nicht an. Okay, wenn ich die Dings tue, greifen die mich nicht an. So, sechs. Ja, jetzt ist meine Nackie wieder voll. Sehr gut. So, wir wollten ja jetzt zu diesem Ding, ne? Genau. Warte mal, ich habe mich gerade verlaufen. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Komm, neben der hier. Ja, warte, ich bin auch in falsche Richtung gelaufen. Hä? Wieso hier ist es so richtig? Ja? Ja, hier ist er doch. Da ist dieser Laser. Guck. Warte, das ist eine Kamera oder so. Warte, Baseball. Mysteriöse Maschine. Und hier ist dieses Ding. Kornetix, komm zu mir. Nein, hier ist die Maschine. Ja, aber wir wollten doch zu dem Laser hier. Der hier... Ja! Ich muss aber erst mal zur Maschine hin. Warum? Und da ist noch ein Käfer. Du bist eine Mörderin. Tja, ich brauche was zu essen. Na gut, dann gehen wir halt deinen Weg. Ja. Oh, was ist das denn hier? Irgendwie neue Blätter, ne? Geht gar nicht kaputt, oder? Da brauchen wir was Stärkeres. Wo ist jetzt die Maschine? Hier, bei mir. Komme. Ja gut, jetzt weiß ich auch, was das... Was das schwächt. Diese kaputte... Das kaputte Kabel. Ja, diese Viecher hier. Komm mal her. Warte. Wo bist du denn da? Hier, komm mal hier. Ich glaube, wir müssen hier rein, das Kabel verfolgen. Ja, ja, wir müssen alle diese Dinge, glaube ich, kaputt machen. Oha, wie dunkel! Okay, wir brauchen eine Fackel. Ja. Warte mal. Ich brauche dafür dreimal trockenes Gras noch. Hast du das zufällig? Warte. Warte, wie kann ich nochmal meinen Inventor aufmachen mit C, ne? Ja, oder mit Tab. Also ich brauche dreimal trockenes Gras. Oh, ich sehe gar nichts hier. Ja, bei mir. Komm mal. Ey, hier ist ein Käfer. Kannst du dir die holen. Ja. So, warte. Fackel. Ja, schön. So, hier für dich. Ich mache dir Licht. Danke. Oh, oh. Das hört sich gar nicht gut an hier. M-m. Warte ich immer mein Speer in die Hand. Wow! Ah, gutes Essen. Ey, lass dir das Kabel in Ruhe sein. Pissviecher. Oh, guck mal. Schleimfilzstängel. Kann man hier nehmen. Ah, untersuche die. Ah, wir haben es geschafft. Ja, wir müssen irgendwie wieder groß werden. Ah, guck mal. Hier kann man durch. Aber nur, wenn man einen Hammer hat. Haben wir noch nicht. Okay, wieder zurück. Ah, hier oben sind noch solche Schleimdinger. Na, unser Auftakt ist bestimmt wieder groß zu werden. Aber am Anfang kam kein Video oder so, ne? Ne. Trailer. Hä, hier sind doch... Was macht denn hier so Geräusche? So. Fackel kann wieder weg. Ah, die Fackel verbraucht sich übrigens auch. Ach, die Waffen gehen auch kaputt, ne? Die Ecks und so unten links. Muss man sich irgendwann neue bauen. Na, was guckst du? Wo müssen wir denn hin? Da. Baue eine Werkbank. Willst du zur Maschine wieder? Ja. Gut. Ich komm dir hinterher. Aber läuft gut, finde ich. Läuft flüssig. Mhm. Vorsicht, ne Ameise. Die greife ich nicht an. Die sind zu stark. So. Ah, du kannst den nächsten Knopf drücken. Kommt bei dir auch ein Video? Ich find die Grafik geil. Oh nein, was ist jetzt passiert eigentlich? Irgendwas ist kaputt gegangen. Yo. Good job, Giant Explosion-Machin. Oops, what the heck did you do? No clue. Wanna go find out? Untersuche die Explosion an der Eiche. Äh, Eiche. Oh, eine Werkbank. Wollen wir das nicht erstmal machen? Ja, warte mal. Was liegt hier? Läuse. Trocknest. Honigtau. Ja, nimm das alles mal mit. Naja, klar. Immer alles einsammeln. Vorsicht, die Ameise. Guck mal, dich greift sie mal an. Nee, doch nicht. Die hat nur was getrunken. Ja, los. Ich hab doch gar nichts gemacht. Doch, du hast die Familie getötet. Ich nehme sogar auf, ne? Vielleicht hochladen. Ganz interessant. Ey, diese kleinen Viecher, ey. So. Warte, vielleicht kann ich ja jetzt zusammenreden. Greift der mich an? Nee, der greift mich nicht an. Ich baue eine Werkbank, okay? Okay. Aber du musst mir helfen. Hey, guck mal, wie sie mich anlacht. Hey. Nein, wir wollen Freunde bleiben. Hier, jetzt können wir alles... Hast du... Drei... Achso, diese großen Platten brauchen wir. Jawoll. Geh du mal in die Werkbank. Ich geh erstmal noch analysieren, was ich hier so alles habe. Sag, 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 heils. Oh, ich hab... Ich hab eine Trinkflasche jetzt. Können wir herstellen. Was hast du jetzt gebaut? Ein Speer hab ich gebaut. Werkbank benutzen. Hä? Aber wenn man die Werkbank benutzt, ist doch wie, als wenn das Dings angeht, oder nicht? Hä? Ach nee, es gibt extra Sachen, die nur mit einer Werkbank gehen. Rote Ameisenkeule zum Beispiel. Da ist dann so ein Symbol. Ah, okay. Ja, wie bei Minecraft. Also, also... Gut. Ist das da auch so? Für manche Sachen brauchst du eine Werkbank. Unser Essen. Ja, alles gut. Ich dachte, der gerade ist verbrennend. Ja, mach du erst. Dann mach ich auch ein bisschen Essen. Ein bisschen Vorrat. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo... Ich glaub, dieser Tau ist immer nur morgens da. Was tötest du schon wieder? Eine Mel...